Herzlich Willkommen zur nächsten Chaos-Folge. Genießt einfach den Sound. Ja, Mega-Chaos, genau. Hier klappt es richtig ab bei uns. 700 plus 700... ...75... Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Scheiße, Sakaal, hilf mir, hilf mir, Sakaal! Juch! Ich bin nur anmelden, Sakaal! Hilfe, Hilfe, Sakaal! Hilfe! Hilfe, Sakaal! Oh Mann, ey. Alter! Ich seh ihn nicht! Ich seh ihn nicht! Sakaal, hast du noch so'n Electric Stuff? Wie soll ich jetzt wieder da hinkommen? Meine ganzen Sachen... Sakaal! Hast du einen von euch zerlegt, oder was? Ich kann ihn nicht sehen! Ey, er versteckt sich da unten! Er versteckt sich da unten! Ich seh ihn! Ah, da, 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 da! Sakaal, hast du so'n Electric Stuff noch, dass ich schnell rüberkommen kann? Ne, hab ich echt nicht. Alter, wir sind übelst nicht stark gemobbt. Hat jemand meine Sachen aufgehoben? Weiße, Leute, die ficken mich voll. Ne, leider nicht. Alter! Nein! Nein! Wo bist du denn? Ich weiß, Sakaal! Jungs! Jungs! Ja, wo bist du denn? Sakaal, kommst du mir, ich bin oben! Perfekte Scheiße! Sakaal, komm mit, ich bin da oben! Ist der stark! Ich weiß! Ja, ach ne! Der hat mich gedüllt, hat niemand meine Sachen aufgehoben! Nein! Cesar, hast du Electric Stuff? Nö! Ich hab ein Dach! Oh, Scheiße! Ey, ist hinter dir! Saka, ist hinter dir! Nein! Sakaal, weh du stirbst! Scheiße! Alter, das kann ja noch dauern, bis ich hier wieder zu euch hochkomme, ey! Ich komm hier echt nicht raus aus diesem behinderten Turm! Komm her! Los, komm her, Alter! Komm her, komm her! Beziehungsweise, weil das ja ein unterirdischer Turm ist, sonst würde ich einfach rausspringen! Mein PC hängt grad richtig, Alter! Jungs! Kommt raus, Alter! Wir müssen den Turm kippen! Kommt raus! Er hat niemand meine Sachen jetzt! Wie viel Leben hatte! Alter! Oh Gott! Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot! Also diese Walker-Drucken auf jeden Fall Essenz! Ich hab echt nix! Ich hab noch drei Leben! Junge, Asparta, komm und helf uns bitte! Ja, Sakaal, ich weiß nicht, wo du bist, Mann! 684... So, komm ich jetzt langsam wieder raus, bitte! Minus 2.394! Ja, Alter, ich kann dir nix machen! Erhüben! Alter! Ja! Licht! Licht! Freiheit! Licht! Oh, göttlich! So, okay, ich komm dann jetzt auch mal endlich wieder ran! Ich bin tot! Alter! Ich bin mit null Level in dieses Ding gegangen und hab jetzt 30 Level innerhalb von einer halben Minute oder so! Ist klar! Ja, ich hab jetzt auch! Aber hier sind auf jeden Fall... Okay, in welche Boots gehen wir denn als erstes? In die kleinere und in die größere? Also ich bin, glaub ich, schon in der Großen drin. Ne, in der Kleine auch nicht. Ist immer da an die, wo es geschrieben größten ist, das sind sie. Die ist, glaub ich, nicht mehr viel, oder? Ich, ich, ich geh da nicht rein! Ist der stark! Ja, da kann ich genehm dir doch! Tilt hat keiner meine Sachen aufgehoben, die waren direkt dort! Ich, ich weiß nicht, wo die sind! Sorry! Hey! Komm! Play! Zu zweit facken wir das! Nein! Nein! Mein Problem ist, ich hab das Essen mit! Ich hab genug Essen! Komm einfach nur und hilf uns! Sag halt, du leckst fängt die! Der ganze Server spackt auf uns so'n bisschen! Ich hab so'n Sachen aufzusammeln! So muss ich dir die genauen Koordinaten sagen! Ich weiß genau, wo ich gestorben bin! Ja, sag schnell! Wir wissen ja auch wo du gestorben bist! 724! Wald Minus 2261! Sag halt! Sag halt! Er steht dort! Er steht dort! Er sitzt dort! Okay! War ich in der Burg? Ne! Genau daneben! Ne! Außerhalb! Außerhalb! Sag halt! Dort wo du warst! Dort wo du warst! Hier, Alter! Genau! In die... Ne! Linke! Linke Burgseite! Uh! Ich seh'n Namen! Hey, Leute! Nicht dort, Sakai! Nicht dort! Okay, Leute! Also die kleine Burg, die ist jetzt leer! Ich war da jetzt drin! Die hier! Wo wir jetzt gerade vorstehen! Ne! Nicht die kleine meine ich! Drum! Asparta! Hier sind wir! Asparta! Nicht Drum! Du wirst sterben! Nicht dieser! Da gibt's nen Walker! Aha! Ein Walker! Die sind doch alles Walker! Die sind doch nicht! Wer? Er hatte... Er hatte... Er hatte einen... Achso! Ja, er war ein Boss! Er ist dort! Er ist dort! Der Sakai, geh weg! Sakai, geh weg! Die Bosse sind noch nicht schwierig! Ey, die kriegt wohl... Alter, der hatte 200 Leben! Kann ich was sie haben... 200 Leben ist richtig schlecht eigentlich! Ja, Sakai und ich haben... Sakai und ich haben... Sakai und ich haben... Sakai und ich haben... einen Sakai! Nein! Ich wurde gekickt! Ich wurde gekickt! Sakai und ich habe... Gekickt? Alter! Junge, toll! Mann, wie stirbst du? Ganz oft! Einfach so! Du stirbst! Mann, ich war neben dir! Aber... Also seit ich jetzt die Rüstung endlich hier habe... bin ich auch viel besser! Ich sterbe nicht mehr so oft, Leute! Keiner sagt was! Ja, du stirbst! Oh, Leute! So! Okay! Der gibt's dir! Ich schuld's mir mal! Ich brauche auf jeden Fall Essen! Ich habe nichts mehr! Jungs! Wir... Wir müssen erst... Tolle Sachen finden! Aspa... Es ist sicher schon weg! Ich habe schon mega viele Essenzen gefunden! Ähm... Aspater! Aspater! Brauchst du Essen? Ja! Ich brauche Essen, ja! Dringend! Wo bist du? Ich spring's dir! Ich bin in der kleinen Burg! Oben drin! Hier sind mega viele Bücherregale! Braucht ihr Bücher? Ey, toll! Nee! Ich fand echt nichts! Mal gucken, ob da hinterher ein Geheimgang sind! Hinter den Bücherregalen sind manchmal Geheimgänge! Sakai! Er ist nicht hier gestorben! Er ist da gestorben! Sakai, schau! Ich bin grad schon am gucken! Ja, dann zeig es mir! Äh... Wie mache ich eigentlich den Minimap an? Mit N! Ah! Danke! Aspater, komm raus und dich in dich gehoben! Wo ist er gestorben? Ja, die Sachen sind schon weg! Also ich... Wer hat jetzt Essen für mich? Das kann nicht sein! Ja, ich, aber komm raus! So schnell weg! Ich hab... Nee, ich hab schon was gefunden! Essen verhungern soll niemand hier! Den Burgen ist auch mehr als genug! Ja, ich hab gerade Essen gefunden hier! Das ist schon... Krass! Ich traue mich nicht in die Burg zu gehen! Ich sterbe! Nee, bleib draußen! Aber die ist jetzt eh... Ich glaube, hier ist nicht mehr so viel! Ist doch Scheiße! Ist doch Scheiße! Das andere Map machen wir hier weg! Ja, je, je, je... Ich glaub, die Sachen sind weg! So... Nein, 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 nein! Also ich sturm dann jetzt schon mal ganz in Ruhe in der Burg, ne? Also die greifen mich immer an, wenn ich gerade am Sortieren bin! Junge! Wir müssen ein Schiff machen! Die Schiffe sind nicht so schwer! Ja, aber die Bogen bringen mehr! Die großen Schiffs-Dings sind nicht so schwer! Nee, äh... Dort findet man auch viele Hexikolistenzen, wirklich! Wer ist denn da in der Burg noch drin? Was geht hier, der Bruder? Ich bin jetzt gerade in der Burg, aber ich weiß nicht! Boah, du heißliches Vieck! Warte hier schon, Leute! Mann, Mann, Mann! So! Wo kommen die denn alle her, immer? Boah, Alter, hier würde ich voll gerne hinziehen! Das sieht voll geil aus, die Burg! Ah, wer ist da oben? Wer ist gerade oben in der Burg? Siehst du mich? Ich! Ah, hi! Nö! Hä, wo bist du? Ja, ich bin ganz unten! Komm, spring runter! Ich bin jetzt ganz unten! Warum schallt Plane? Die ganze Zeit hat irgendein Stuss in den Kommen, äh... Um zu gucken, ob es leckt oder nicht! Ja, so! Oder ob es da ein PC ist oder so! Hatte! Sparta, wo bist du? Ich bin jetzt wieder ein Stück hoch! Oh, geil! Wo kommst du denn her, behinderter Walker? Noch ein Revolver und ein Eispfeil! Geil! Ich bin jetzt am Rand! Will jemand von euch noch ein Revolver? Ja, ich! Ja, ich! Ey, ich hab keine Ausrüstung! Einer von euch kann gleich einen haben! Ja, ich! Komm bitte! Braucht man für die Teile eigentlich irgendeine Munition? Oha, oha! Oha, Leute! Alter, ich hab keine Ausrüstung! Nichts! Ich komm gerade einfach! Dann sagt er ich! Ja, das packst du eh nicht! Nee, pass auf! Du freckst sonst! Sparta, wo bist du? Ich bin ganz oben im Turm! Also noch nicht ganz oben! Ich bin gerade hier am Kämpfen! Geh jetzt runter, Alter! Oh! Oh! Oh, das Dungeon ist geil, Alter! Hier red man richtig viel! Ich bin jetzt auch ganz oben! Ich töte einfach Skeletal! Ich bin gleich hinter da! Also die Rüstung geht auf jeden Fall gut ab! Die ist aber... Aber die geht kaputt! Ich hab noch keinen Anruf! Toto! 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 Flieg weg, Sarkal! Flieg weg! Treibsend ist immer richtig ekelhaft hier! Sarkal, wo bist du? Bist du ganz oben? Da! Ich bin rausgesprungen! Oh man, Sarkal, ey! Was machst du für'n Scheiß? Das klingt irgendwie so, als würde Sarkal gerade richtig für'n Scheiß machen! Ich seh's ja nicht, aber... Ja, ich seh's auch nicht, aber ich kann's mir vorstellen! Alter! Das scheint hier in der Burg wart ihr schon, oder was? Weil... Ja, die ist so gut viel leer jetzt! Die sind gerade Bücherregale weg! Ja, genau, da war ich! Das ist leer! Jungs, ihr müsst mir bitte mal helfen! Ja, wir wissen nicht, wo du bist! Die droppen alles, Alter! Diamanten, alles! Hex-Essenzen! Also wenn wir Hex-Essenzen findet... Ne, ne, ich hab normale Essenzen so, aber von allem etwas! Ja, also Electric... Ich bin gleich wieder da! Bis gleich! So, da ist es da vorne irgendwo! Peter ist ein... So, wie lange nehmen wir jetzt schon auf in der dritten Folge? Ich geh da mal rein! Äh, bei mir zehn Minuten lang! Bei mir 24! Äh, der dritten? Das alles zu schneiden! Das ist jetzt die dritte Folge! Ich schneide dann nix des Platzes! Jungs, ich kann ihn nicht schlagen! Das ist jetzt eigentlich für ein schönes Biom! Unglaublich! Ja, gut! Hex-Essenzen! Oh! Licht... Lichtschalter! Fernschnuppe! So, ich bin ganz oben! Ich bin... Sakai, bist du noch hier? Ja! Ich kenn... ich kenn mal Virginia Walker King! Alter, ey! Wo denn? Ich seh' dich gar nicht! Ich bin auch ganz... Ich bin ganz, ganz draußen! Aber ich pack den schon! Hm! Sicher? Jaja! Leute, die Burg ist extrem groß! Ihr habt vielleicht nur einen Teil erst! Auf der Seite läuft es! Was? Lasst mich in Ruhe! Ich kenn's gegen... Ich hab die alle! Ach, das sind die Feinde! Okay! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Boah, du hast mich angezündet, man! Wo ist denn der Walker King? Bei mir! Du hast mich angezündet, man! Äh, echt? Sorry, das tut mir leid! Ich bin tot! Lol! Ja, ich bin grad wieder dort! Wo bist du gestorben? Ich bin da, wo du gerade eben bei mir warst! Auf dem Turm! Gerade war da! Er ist tot! Da waren alle meine Sachen drin! Hat jemand, ähm... Dingens für mich? Hier nen, ähm... Electric Stuff oder so irgendwo zu Hause? Ich hab grad einen in der Hand, aber... Ja, ich brauch's tot! Der bringt jetzt gar nicht! Ja, ich brauch's tot! Kannst du meine Sachen einsammeln? Jo, Sekunde! Ich... Ich muss gerade erst mal... selber... Ich hab gehackt! Ich hab so viel geiles Zeug drin! Nein, Leute! Wer ist da draußen grad? Warte, warte, warte! Ich guck erst mal gerade! Aber ich seh die nicht! Wo sind die? Oben! Ganz oben noch drauf, oder? Da, wo du auf dem Turm wart! Ja, hier... Hier sind die Storben! Die streck' nur ein kleines Stück runter! Oh, da! Ich hab was! Ich hab die Sachen! Kannst du wenigstens... Also du musst... Kannst nicht alles mit... Aber vielleicht die beiden Beutel! Da ist jede Menge drin! Sekunde! Was ist denn das die ganze Zeit? Boah, Drecks, Alter! Hä, was ist einfach... Hä, wo... Wo genau bin ich eigentlich gestorben? Die, äh... Die Thief Armor! Weiß selbst nicht mehr! Ja, Giabo nehm ich mit! Jungs! Alter! Ich hab gepackt! Da musst du nur noch die Armor, also die Rüstung... Wo bist du, Sakai? Und, ähm... Ich bin bei Talents! Und die zwei Säcke! Das reicht! Ja, hast du irgendwas zum Ausrüsten? Ich hab nur ein Eisenschwert! Und die... Ich guck grad! Warte mal! Ja, hier... Nee, hab ich doch nichts! Verdammt! Ach du? Wie... Da, da! Ach, nicht! Dammit! Egal, hier... Dammit, kannst du dir was... Ich darf nicht! Da... Soll ich dir Diamanten mitbringen? Ich hab viele! Danke! Ein paar Probleme! Äh... Ja, jetzt zu Hause hab ich auch... Einige... Heiß! Jungs! Ich hab grad nichts dran gedacht! Diese Aufnahme ist echt... Schlapp! Hast du alles dran? Ja, ich hab jetzt alles! Sag, weil... Unsere Aufnahme war damals... Ego, danke! Scheiß! Jungs! 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 Okay... So ein... So ein... 28 Minuten... Und... Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ja! Tschüss! Servus! Oh Kack Skelett! Hoffentlich dürfst du jetzt nicht auch noch dran, sonst alles weg... Ich... Ciao Jungs! Ne, ich geb mir Mühe! Tschüss! User disconnected from your channel! Oh nein, ey! Leute, hä? Ja! Ihr nehmt noch Dorn auf, oder? Ich nehm schon noch auf, ja! Ich nehm auch noch auf! 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 Aber was soll ich machen? Naja, warte ich mal erstmal! Okay, erstmal Folgenende vielleicht! Oder habt ihr schon alle? Äh, ich hab grad schon beendet! Okay, dann sag ich jetzt nochmal ganz kurz an meine Zuschauer... Tschüss Leute! Und bis gleich! Bis dahin! Tschüss!